Hier, ich wollte dir die Kohle geben, dann gib mir mal ein paar Dias bitte. Wo ist denn die? Achso. Zwei, ne? Für ein Schwertchen. Ja, den, äh, ich hab... Achso, ja, danke. Ich glaube, ich hab vielleicht nur ein wichtiges Sagen eingezammelt. Ich hab, äh, die, wie viel da jetzt auch immer gefehlt haben, weil ich nicht rechnen kann. Was? Übrigens, wenn man in eine Kirche pisst, ist es in Regeln öffentlichen Ärger. Ja, das ist geil. Ja, ne, ist klar. Hey, hast du unten erst noch keinen Advert da? Weiß hab ich gemacht. Ich hab mich gerade gewundert, ob du da unten wirklich keine Workbench hast. Ne, ich hab überall irgendwie Workbenches. Workbitches. Ich weiß jetzt, ähm, ich werd jetzt mal so richtig geil auf Level 30 verzaubern. Vor allem Workbitches. Wir haben Workbitches. Die für mich arbeiten, die für dich nicht. Soll ich auf Level 30 verzaubern? Das Schwert? Warum willst du noch ein Schwert verzaubern? Ja, ich hab nicht mal ein Schwert verzaubert. What the fuck? Ich hab noch kein Schwert verzaubert. Mach's nur deiner Freizeit. Bane of Ertropops, Knockback und Fire Emblem. Knockback? Fire Emblem ist doch geil. Knockback ist scheiße. Hast du auch Knockback? Ja, aber ich hab Bane of Ertropops 5. Knockback? Äh, 4. Carlo, du bist aber nur scheiße, ernsthaft. Dein Englisch ist Sokrate. Carlo, du bist aber nur richtig scheiße heute. Knockback? Das ist doch echt. Da hab ich dir gezogen. Pass gar nix. Pass gar nix, Alter. Jetzt hör mal auf, wie wir uns hauen. Ich geb dir gleich, Knockback, Alter. Knockback, hör mal auf. Ich hab nur zwei Herzen. Chan, töte ihn nicht. Wasser. Chan, ich zieh dir die Hose runter und hau dich, ne? Nein, ich hab mich selbst getroffen, ich spaß. Wtf, mit dem Bogen? Aua, aua. Hast du in die Luft geschossen? Ja. Erst mal überlegen, soll ich jetzt mir nicht die Wahrheit sagen oder nicht? Ja, ne. Genau so war das. Nein, ah, ich hab nur noch drei Herzen gespatten. Warte, ich kartoffel dich. Darf ich dich kartoffeln? Alex, sag einfach nein. Einfach nur no. Sag einfach du, weißt du, du nimmst nichts von Fremden an. Moment. Sagst einfach nein, danke. Hey, wieder runter. Ich hab dir nicht erlaubt, auf meine Brücke zu gehen. Du hast keine Erlaubnis, auf meine Brücke zu gehen. Aua. Tut weh. Also nur von dir, was ich hör, ist das irgendwie ziemlich so, erinnert mich so an Adelfesting oder so. Ja, irgendwie schon. Aua. Genau, schau dir die Zähne nochmal an. Nein, nur diesmal ohne Ton. Hey, pauch damit, bitte. Ah, nein. Ich will das nicht, lass mich in Ruhe. Alter, Kalle, du müsstest dir das hier mal ansehen. Das wird gerade so mega riesig. Danke für die Pfeile außerdem. Bitte. Zitat. Das war nicht mal so geplant, als das Zitat rauskommt. Ich glaube, ich hab zu viel PvP gespielt, Brudi. Ja, und nicht zu wenig. Brudi. Immer die Endung Brudi haben. Sag mal, stirbt man eigentlich von dir, wenn man von da oben runterfällt? Ja. Bei Nico schon. Ja, ich meine bei dir. Lass das rausfinden. Scheiße, es passt nicht hin. Und? Ja. Er hat mich abgeschossen, was tut ich schon wieder? Gerade. Gerade. Na ja, Standardspruch, ne? Standard-Anmach-Spruch in Minecraft. Das bring ich immer. Jetzt muss man gerade auffallen. Ich hab nen Bogen. Weißt du, immer wenn ich Bitches anmache in Minecraft, dann sag ich das. Aus, pui, aus. Ich hab immer viel Leben. Wenn Bitches in Minecraft anmachen. Ja, ich sag immer mal, guck dir mal meinen Stick an. Du gehst einfach auf nen Server und machst Bitches an. Immer auf Nico loskommt. Immer auf Nico loskommt. Immer auf Nico loskommt. Dann sag ich immer, guck dir mal meinen Stick an. Dann halt ich so nen Stock in die Luft. Ich hab nur ne halbes Herz. Da bin ich geschlagen. Nein. Mit der Katzenoffel. Wie viel Leben hast du? Äh, wie viel, wie viel Level hast du? Alex, renn. Wie viel Level hast du? Wie viel Level hast du? Wie ich bin? Wie viel Level hast du? 30. Hast du nicht? Alex, erst mal nachdecken. 666. Hey, mein Haus. Das brennt ab. Das brennt ab. Im ein Haus bürtet man keine andere Person. Okay. Ich hab hier Essen. CK. Hörst du jetzt alle überhaupt, wenn wir Wasser rein zu pflanzen? Die Brücke sieht nice aus, muss ich schon so sagen. Also, die pimpt mich echt an. Das stimmt, die ist echt geil aus. Ich bin ja auch der Droge-Dealer. Ich muss was checken. So. Hallo. Jan, was denkst du, wie viel Stacks Stein brauche ich, um das dir jetzt nochmal zuzumachen? Ich denk mal, ab dann. Weiß er nicht. Ich werde dann aufhören. Ich werde das noch zumauern irgendwie hier. Zack. Und, äh... Alex, sag mal, wie viel Level du hast. Was macht ihr da bei mir hier? Alex, sag mal bitte, wie viel Level du hast. Alex. Alex, ich würde nicht hoch... ...gehen, wenn er einen Bogen hat. Kannst du Energy Water? Wo bist du schlecht? Wieso? Ich hab getroffen. Was macht ihr da für ein Shit? Ach, da bist du behindert. Ich hab so viele Pfeile, ich hab keinen mehr. Gut. Kannst du mir einen Pfeil geben? Ich geb dir auch einen Stein. Einfach nur no. Einen Cobblestone. Ich bin oben! LOL! Du bist echt geändert. Moment. Du hast mich gerade von da oben heruntergeschossen, du Spass, ne? Du Spass, Junge. Du Spass. Boah, bist du schlecht. Ey, kommst du, John? Kommst du hoch? Du weißt, dass ich... Aber ihr wisst schon, dass wir eigentlich ein Team sind. Du weißt, dass ich Wasser hab und Emmergy Water machen kann. Was kannst du machen? Emmergy Water. Was ist denn das? Warte, du hast nur einen Endlichkeitsbogen, ne? Hä? Ich bin am Bauen, ich hab grad Stein geholt. Nein, ich mein nicht, mein Alex. Der ist auch nicht am Bauen. Dann kommst du hoch! Was, Nico? Das war grad voll Sinn. Ich weiß grad noch, was abgeht. Komm, John, versuch hoch zu schwimmen. Alter, du bist voll der Pro, Alter, John. Du ist einfach mal, komm, bitte. John, du bist mal ab. Ey, Monsterjäger, ey. Ey, Nico. Schau mal her. Ich spann meinen Bogen an, ich hab keine Pfeile mehr. Nein, ich schnorren mir jetzt ein bisschen was bei Nico. Was machst du? An Essen. Ja, dann kannst du gleich wieder gehen danach. Nee, nee. Weil hier bei uns Trollen ist hier nicht drin. Ich wär nur Alex mit den Trollen. Nee, du gehst jetzt einfach. Ja, dann musst du hier hochschwimmen. John, du gehst jetzt einfach, fett. Nee, nee. John. Was denn? Geh jetzt. Mhm. Fett. Ich sag's dir noch ein letztes Mal, bevor ich Kalle anschaffen geh, der soll dich töten. Da geh's nicht, ich bin der Pimp. Ich darf anschaffen gehen. Und anschaffen gehen lassen. Lass mich jetzt mal ganz kurz nach oben, bitte. Ich möchte jetzt mal oben gucken. Ich will auch nicht träumen, ich verspreche es. Okay. Sag Walla, John. Walla. Okay, okay, wir glauben dir. Nee, das ist wirklich so. Wenn du sagst, wenn du sagst, wenn er sagt Walla, dann kannst du ihm glauben. Ja, ist wirklich so. Walla. Wenn du mich jetzt trotzig fühlst. Da kommt jetzt gleich TNT runter. Nein, so fies bin ich. Das bringt nicht mal was. Hier ist Wasser, du Spast. Aber du bist echt behindert, weißt du das? Das sieht echt affig aus. Du bist echt behindert, weißt du das? Alter, die lachen gerade eben. Yo, Alter. Vergiss nicht abzubauen. Was hast du da gemacht, du Spast? Äh, Kies. Oh, du bist echt so ein richtiger Faggot, ne? Ich weiß. Kannst du mir aber auch bauen, wenn du unten langgekommen bist. Kalle, Zitat. Was, was, wie soll ich denn das zitieren? Ja, du machst einfach zwei Chatdinger. Okay. Du bist ein Faggot, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. John zu Alex. Sag mal, meinst du nicht mal, dass du es jetzt lassen könntest? Was machst du mit dem Kies? Nein. Okay, dann nicht. Ja, komm hoch, komm. Das war jetzt eine sehr kräftige Aussage, John. Ja, dann nicht. Jetzt kommst gleich, jetzt kommst gleich. Du weißt, dass das nicht mal, du weißt, dass das niemand Troll ist, du Spast. Ich weiß. Du weißt, dass das einfach so richtig behindert ist. Ich weiß. Halt die Fresse. Ich krieg dich jetzt gleich da runter, Alter. Du hast versucht, mich zu treuen. Und das war nicht mal ein Troll. Äh, John? Du versuchst die ganze Zeit, ihn zu treuen. Also hast du da wenig Anspruch drauf. Ist mir egal. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Achtung, jetzt kommt Troll Teil 3. Hey, John. Tschüss. Tschüss. Schwimmt der extra hoch für mich und ich so einfach, tschüss. John, guck dir mal bitte die Pyramide an. Naja, mach ich gleich. Ja, Kalle, es wird nicht so einfach, weil John gerade hier bei uns Party macht. Aber ich find die eigentlich echt geil. Ich find die ist mir gelungen. Du hast dich mit den Dings runtergeportet, ne? Ich, nein. Mit was? Ich bin einfach das Loch runtergehüpft. John, guck mal, da hättest du ein Loch, das extra mit Erde eingekreist ist, wo du direkt perfekt in den Monsterspawner reinspringen kannst. Ah, lol. Wo ist das denn nochmal? Ich bin grad so dumm dafür. Ich hab's gerade eben perfekt beschrieben, aber schon okay. Ach, hier. Mit Erde eingekreist. Okay. Also hier. Wenn ich hier runterfalle, bin ich auf jeden Fall tot. Nein, du fällst dann ins Wasser rein. Okay. Oder, je nachdem, fällst du ein Ticken tiefer. Und halt, äh, ja. Uh, jetzt hab ich dann Dier-Pferd. Ah, 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 ah. Boah, Alter, das ist auch nichts zu tun, Alex, oder? Ich hab, das ist halt einfach nichts zu tun, weil ich brauch für meine Brücke Akazienholz und das Akazienholz muss wachsen. Ja, dann nimm dir, Alter, ich hab ganz viel, ich hab auch ganz viel Dingsholz, äh, Dings, äh, und, oh, die. Ey, 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 John, du kannst von Glück reden, dass ich keinen Amboss runtergeworfen hätte. Jetzt sind nur noch 10 Minuten. Ey, das war lustig gewesen. Ey, das wär mega geil gewesen. Das wär richtig geil gewesen. Das hätt ich nicht gefeiert. Das hätt ich auch gefallen. Ich wusste nicht, ob ich einen Amboss dabei hab oder nicht. Das ist ein Problem. Ich hatt einen zufällig dabei. Ja, ja, ja. Ich pissen dabei. Pissen? Fährt mir ein, weil er ist echt so behindert. Warte mal, weil ich, äh, weil ich lieb bin. Nico, baue ich das für dich wieder ab. Was denn? Boah, ich find die Pyramide echt geil irgendwie. Gut, dass Eigenlob nicht stinkt. Ja, Mann, Eigenlob, aber die ist echt süß. Es riecht so nach Eigenlob. John, was war eigentlich mit meinem Bogen? Wolltest du mir nicht eingeben? Äh, 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 der ist, äh, äh, Schwagerschaftsurlaub. Genau. Kalle lacht gerade. Ich hör's genau. Versuch's zu unterdrücken. Nico, geh mal ganz kurz nach da oben und nehm dir das mal weg da oben. Äh, das Wasser, weil hier ist das Wasser verpackt und deswegen. Nimm das mal weg und warte, bis es, äh, bis es ganz weg ist. Hier unten. Oh, nicht ernsthaft. Ernsthaft? Black Laser hat das ganze Zeug von Nils geholt. Alex, wo bist du eigentlich? Was meinst du mit Zeug? Ja, oben in seinen Kisten. Alex, wo bist du eigentlich? Äh, ja, da können wir gleich mal sagen, dass das Zeug halt zu größten Teils noch von uns, äh, ist. Also, äh, ein Teil davon gehört uns. Können wir gleich mal sagen. Nico? Ja? Lass mal nach der Aufnahme einsmoken. Ja, leif. Wo bist du eigentlich, ähm, Alex? Braucht dich nicht zu interessieren. Mit der Handwedel. Mit der Handwedel, Alter, die sind richtig ja hohen sohn. Naja, Star Wars-Tricks eben. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich, äh, die Farm weiterbauen, ne? Weil, äh, Alex, ja, leider nicht mal so im Trollen gut ist. Weil er einen, äh, Binder... Guck dir jetzt mal bitte meine Pyramide an. Ja, ja, ich komm mir jetzt. Und baue eigentlich mal dein Haus fertig. Meine Güte. Ich hab aber besseres zu tun, als mein Haus fertig zu bauen. Ja, aber das sieht scheiße aus. Das einzige, ähm, auf unserer Insel, was scheiße aussieht, ist dein Haus. Ich weiß. Also, noch. Noch. Betont. Voll nett, was du da sagst. Nee, ich würd, es würd immer so bleiben, was dein Haus ist, was aussieht, was scheiße aussieht. Ja. Das ist, was scheiße aussieht. Ich bin halt jemand, der kann überhaupt nicht bauen. Ja, du kannst nur auf den Sack gehen. Hm. Also toll. Ja, Mami. Ja, Mama. Mami, ich kann nur auf den Sack gehen. Übrigens, Nico, finde ich das Wort gekriegt, richtig scheiße. Sag doch, bekomm. Ey, Nico, sollen wir mal nicht mehr zu dir hochkommen? Was? Helfen? Ich bin dafür, dass wir aus Tiberius killen. Ich bin dafür, dass wir aus Tiberius killen. Ich bin dafür, dass wir einfach mal die ganzen, äh, 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 vierer Gruppe töten jetzt noch. Ja. In den letzten acht Minuten, bis auf Nils. Ja, acht Minuten. Das können wir echt machen. Nee, die haben nichts getan. Doch, klar. Dem jetzt Zeug. Einfach genommen. Blacky ist ja durchs Portal gekommen und hat dann gefragt, wo lang Alex haben wir jetzt die Sachen rausgenommen oder nicht? Naja, das Zeug das drin war ist nicht mehr da Und da zeige ich Zeugen sogar, nennt sich Aufnahme. Wo ist denn eine Pyramide, oh Wallah? Bist du behindert? Du bist gerade mal vorbei gelaufen. War Alex von seinen oberen Kisten. Ach Dieter! Entweder Nils hat das Das ist Salesman, genau was ich nicht so glaube. Alter, lest dir mal durch, was du dann gepostet hast. Ja, hab ich schon gelesen. Übelst schwul. Sieht nice aus, ne? Wer zu uns kommt, startet mit nichts. Das ist ein Neuanfang, eine Wiedergeburt im Strahlenlicht. Er ist voll der Konferenzraum. Voll der Konferenzraum, ne? Oh Nico, das ist so verlockend. Ich hab nen Bogen mit 5 Pfeilen. Das haben wir auf einen auch gedacht. Du verlockend. Mein Gott, die Mütter sind schrecklich ey. Lass mal zu denen hingehen und jetzt einfach klatschen. Ich schieß mal von der richtigen Seite hin, dass du auf deine Steine fallen müsstest. Ich hab da keine Steine dran. Alter! Achso. Du fällst nicht runter, aber ich konnte nen Pfeil schießen. Entschuldigung, ich musste der Versuch nachgehen. Du bist so effizient, was das Anbauen angeht. Die Hälfte sitzt einfach oben drauf, die Hälfte ist jetzt daneben. Vor allem das Anbauen. Was baust du denn an? Hörse. Weed. Ja Alex, willst du mir helfen? Geben wir da jetzt hin? Nein, das war ein Witz. Haha. Da hab ich Stand für, oder? Booty. Immer wieder in den Dschungel. Brauchen wir mal ein paar Dschungelsätze gehen. Mach dir mal vorher noch ein bisschen DIA-Zeug. Nö, nö, passt schon. Ich will noch DIA-Zeug oder was? Naja, du doch nicht. Ich hab 28 Level, ich verzauber mal. Ja, verzauber mal ein bisschen. Ich könnte auf dem Level 1 verzaubern. Verzauber mal. Ah, mein Arm juckt. Nein! Was? Die Taste verpeilt. Äh, Ausreden. Ja, echt. So, erstmal suchen gehen, wo ist mein Zeug? Stiftknopf kaputt gegangen. Fünf Level. Oh, nein, 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 ich hab nix aufgesammelt. Ich hab nix aufgesammelt von der Fransch. Nein, ich hänge fest, nein. Nein, ich bin tot. Was laberst du? Echt, mach. Oh, hab ich wieder fünf teure Level verloren. Hey, schlimm. Okay, wir können gehen. Ja, warte kurz. Ich bin gerade noch dabei, so ein bisschen auszusortieren. Ich komm auch noch. Ach, ihr macht da beide mit? Macht ihr mit? Ich bin nicht. Ich baue mal bei meinem Shit da oben weiter. Aber wir töten die nicht. Wir machen, wir treuen die ein bisschen. Ja. Die machen den ersten Hit, dann töten wir sie. Okay. Sobald die einmal zuschlagen, sind sie tot. Also Zuschauer, ihr seht, das ganze Scheiß muss ich noch zubauen. Wie wir einfach nur bief wollen, Alter. Aber uns ist richtig langweilig, ne? Hey, wartet ihr auf mich? Komm mal kurz her, ich geb dir mal einen Wassereimer. Nego. Äh, ich mein, Kalli. Hier. Hey, wartet ihr auf mich? Ja, ja, komm einfach zu uns. Ja, ja. Wenn du da bist. Ich komm jetzt. Dankeschön. 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 Wir haben aber nur noch ganze vier Minuten, ne? Ach. Das reicht nicht. Scheiße, wir haben wirklich nur noch vier Minuten. Lass uns mal nächste Folge machen. Fünf bis zehn Minuten können wir schon ein bisschen länger machen. Ne, mein, mein Vater kommt da wirklich wieder. Dann haben wir uns jetzt equipt und dann können wir nächste Folge dann, also nächste Woche dann direkt durchstarten. Genau. Ja. Na, ich komm noch zu euch und dann beende ich den Part. Bei mir. Ähm, Nico, Frage für dich. Hm? Kann ich vielleicht die vier Parts, die da vorkommen, von dir nehmen? Ja, du musst da einfach so Dinger, Infovideos machen. Das muss ich übrigens auch noch machen bei denen, die ich verkackt hab. Ich hab's nämlich noch nicht gemacht. Ja, mach doch mal schon gehen. Ich mach mir mal einen Bogen und verzauber den noch. Oh, die besten Gagszenen bitte einfach rausschnibbeln. Stimmt, einen Bogen kann ich mir auch noch verzaubern. Du sollst mir vier, fünf, sechs Gagszenen, die da drin vorkommen, in den vier Parts jeweils, ähm, rausschneiden. Und dann? Kurze, so zehn Sekunden, 15 Sekunden Gagbits, wie irgendwelche Hashtags von, ähm, Kalle. Ich geb dir gern Screenshots, wenn du willst. Nein, keine Screenshots. Ja, klar, kann ich machen. Jupp. Warte mal, weißt du was? Man kann auch Bögen auch so zusammen, häslig, so häslig zusammen machen, ne? Ja, aber nur unverzauberte. Hey, kann man nicht verzauberte auch zusammen machen? Achso, meinst du jetzt mit einem, äh, mit einem Amboss, ja. Ja, geht. Mit Amboss auch, ja. Mit Amboss, ja, klar. Okay. Aber wir haben zu wenig, äh, ne, haben wir nicht. Kann ich ein paar Pfeile dann vor euch haben? Hm, wir haben selbst kommen Pfeile. Ich brauch keine Pfeile. Uuuuuh. Can? Das ist du. Halbes Herz. Ich hab nämlich nur noch. Reicht aber. Bier. 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 Du hast Full-Dier, die haben, denk ich mal, laufen nackig rum oder so. Die haben keine Dias, die haben gar nichts, glaub ich. Äh, Black Laser, Laser läuft mit, äh, Eisen. Full-Eisen-Equip raus. Ja, ihr müsst das Zeug ja nicht klauen. Ihr könnt die, ihr könnt die Rüstung gleich zurückwerfen, wenn ihr die getötet habt, beispielsweise. Klar, mach mal. Natürlich. Wir machen das ja eh nicht heute. Das kommt ja alles in der tollen nächsten Folge, ne? Zweieinhalb Herzen. Was denn passiert? Er hat mich mit nem Bogen abgeschmissen, äh, äh, abgebrochen. Wer? Hat geschossen. Der Bogen hat auf jeden Fall Stärke 1. Wer? Stärke 1, Alter. Ja. What the fuck. Was für'n Bogen? Mein Bogen. Hast du denn, hast du deine ganze Rüstung an? Ne, ne. Ich hatte keine Rüstung an. Woo! So, ja, dann, dann, dann kann auch, dann kann ein Bogen dich auch, ähm, one-hitten sogar. Ich weiß. Ich weiß, halt doch. Ich weiß, ich, ich glaub dir. Junge. Headcrap Zombie. Ich farme hier gelegentlich auf meinem, auf meinem Insel. Sag, Walla, du farmst auf deinem Insel. Ja, Stärke 1, Bogen. Wup, wup, wup. Äh, hast du eigentlich schon, ähm, Amboss gemacht? Ja. Nein. Mach mal bitte ein Amboss. Kannst du das nicht selber machen? Dann rät halt nicht mit mir. Ist das Redstone? Ich glaube, wie ich halt gerade einfach nur Power auf meine Bögen kriege. Nur Power. Ist halt scheiße, gell? Ist Power nicht Stärke sogar? Nein. Ja. Ich übersetze es doch mal. Power heißt Power. Nein. Bauer heißt Bauer. Keine Ahnung, ich bin zu behindert dafür. Was sagst du eigentlich? What the fuck is das denn bitte? Ne Insel. Nein, nicht das. Ne Insel. Ist das euer... Was ist denn das? Euer versuchter Monsterspawner oder was? Ja, ist es. Euer versuchter Hühnchenspawner. So, ich glaube, danach kann ich anfangen zu bauen. Ich denke mal, das ist groß genug, ne? Und hier runter geht's weiter in der Mine oder was? Hätte ich fertig bauen können, aber wir brauchen sowieso keine Hühner. Ich würde da nicht so lange runter gehen, weil da verläuft sich echt. Ja, wirklich. Obwohl ich das da unten schon mit Schildern beschriftet habe. Hier Ausgang. Hier ist kein Ausgang, da ist vielleicht ein Ausgang. Das sind die perfekten Schilder. Und da wo vielleicht Ausgang ist, da ist der Ausgang natürlich. Wenn du hier rechts abbiegst, ist da ein Ausgang. Wenn du da rechts abbiegst, hast du einen gelitten. Gutes Dreifel. Lasers geläftet. Warte mal kurz. Was? Ähm, Niko, du hast doch bei dir auch, du hast doch bei dir auch, ähm, Dings, ne? Ambo? Was machst du? Na, wir bänden doch jetzt. Wir haben dich dabei. Nein, wir bänden. Doch, wir bänden. Jetzt. Und ich bin jetzt hier bei euch, also. Würde ich sagen, ich bin jetzt mein Part, ihr könnt jetzt euren auch bänden. Na, warte. Ich wollte jetzt noch ganz kurz zu, äh, zu Niko. Ich bin im Pool von, äh, Plaza del Kubi. Ja gut, dann, Leute, würde ich sagen. Niko, warte. Niko, warte. Was denn? Ich will jetzt, äh, ich will jetzt wenigstens noch ganz kurz zu dir kommen. Ne, du kommst nicht zu mir, das machst du das nächste Mal. Scheißegal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei mir.